Ich bespreche mit dir den zweiten Teil aus der Aufgabe B, 4.2, aus der Abschlussprüfung 2023 an den Realschulen in Bayern. Das ist aus der Arbeit Mathematik 2. Ja, du siehst hier erstmal so die Aufgabe in der Übersicht, die Zeichnung. Das ist das, was bei den vorherigen Teilaufgaben herausgekommen ist. Das kannst du also natürlich mitbenutzen. Ja, und die Aufgabe an sich, das ist das hier, also soll der Winkel SP1A berechnet werden. Versuch es doch erstmal selber und vergleich es dann mit meiner Lösung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, der Winkel SP1A, SP1A, das ist also dieser Winkel hier von da nach da. Ja, der ist also gesucht, ja, und der soll bestimmt werden. Ja, was sehe ich da? Ich sehe hier ein Dreieck. S, A, P1 zum Beispiel, ja, dieses Dreieck hier. Und da könnte ich doch versuchen, diesen Winkel auszurechnen. Dann stellst du allerdings fest, naja, es sind nur zwei Seitenlängen gegeben. Ich bräuchte noch eine dritte Seitenlänge oder zumindest dann zunächst mal vielleicht irgendeinen Winkel. Der hier unten, der ist ja auch nicht gegeben. Der hier oben ist auch nicht gegeben. Naja, dann schauen wir nochmal ein bisschen rum. Schau dir mal dieses große Dreieck hier an. S, A, C, dann siehst du hier unten ist ein rechter Winkel. Den Winkel, den hatten wir vorher schon mal berechnet. Dann können wir den da oben ausrechnen. Wenn wir den haben, dann haben wir ja hier die beiden Dreieckseiten wiederum von dem Dreieck mit dem eingeschlossenen Winkel. Und dann können wir diese Strecke hier zunächst mal ausrechnen. Und wenn wir dann diese Strecke und den Winkel haben, dann können wir zum Beispiel mit dem Sinussatz, können wir dann den gesuchten Winkel hier ausrechnen. Ja, gut, so werde ich vorgehen. Du wirst es dann ja noch im Detail genau sehen, wie ich es mache. Ja, ich lege mal los. Also, wie gesagt, ich fange in dem großen Dreieck an. S, A, C und berechne mit der Winkelsumme im Dreieck diesen Winkel hier. Das ist der Winkel A, S, C. Also, ich schreibe es mal auf. Der Winkel A, S, C, der ist dann nämlich gleich 180 Grad. Minus die 90 Grad hier in der Ecke. Minus, und dann der Winkel hier, also 39,29. So, den kann ich dann also direkt berechnen. Dann nehme ich eben den Taschenrechner dazu. 180 minus 90 minus 39,29 ergibt 50,71. Okay, das ist jetzt also der Winkel hier. Und damit kann ich jetzt ja diese Strecke hier berechnen mit dem Kosinussatz. Ja, ich habe hier diese beiden Seiten. Das ist ja kein rechtwinkliges Dreieck hier. Deswegen kann ich da jetzt nichts mit Sinus, Cosinus, Tangens in der einfachen Variante machen. Sondern ich brauche den Kosinussatz. Und den stelle ich jetzt hier mal auf. Also, die gesuchte Strecke hier, AP1 zum Quadrat, ist gleich, das da zum Quadrat, plus das da zum Quadrat, minus 2 mal das mal das, mal Cosinus. Von dem eingeschlossenen Winkel 50,71. Den Kosinussatz hast du natürlich in deiner zugelassenen Formelsammlung. Kannst dir da ja nochmal gerne anschauen. Aber so sieht es aus. Gut, dann rechne ich mal diese Seite hier aus. Nehmen wir wieder den Taschenrechner. 9 zum Quadrat, plus 3 zum Quadrat, minus 2 mal 3 mal 9 mal Cosinus. 50,71 ergibt 55,80. Ja, und davon muss ich dann die Wurzel, wie gesagt, noch ziehen. Dann habe ich die Streckenlänge AP1. Das mache ich jetzt hier direkt im Taschenrechner. Wurzel ans ergibt 7,470, also gerundet 7,47 Zentimeter. Okay, das deckt sich hier auch mit der Zwischenlösung, die da vorgegeben wurde. Diese Kontrolllösung, ja, Zwischenergebnis AP1 ist gleich 7,47. Das habe ich hier auch raus. Okay, das ist also jetzt diese Strecke hier, AP1, 7,47 Zentimeter. Gut, und jetzt kann ich dann im letzten Schritt dann mit dem Sinussatz den gesuchten Winkel ausrechnen. Ja, da habe ich ja dann zum Beispiel Sinus von 50,71 zu dem hier ist das gleiche wie Sinus von dem da zu der 9, ja. Das stelle ich jetzt hier mal entsprechend auf. Also der Sinus von dem Winkel da. Das ist SP1A, also von dem gesuchten Winkel. SP1A zu, gegenüberliegend ist die 9, ist das gleiche wie Sinus von 50,71 Grad zu, gegenüberliegend ist diese 7,47. Ich muss also jetzt hier nur mal 9 rechnen. Dann habe ich den Sinus da von alleine stehen. Und dann muss ich noch, anschließend muss ich dann noch Sinus hoch minus 1 rechnen. Also ich müsste im ersten Schritt dann noch 40 mal 9 rechnen und dann noch mal, nicht mal, sondern einfach Sinus hoch minus 1, also die Umkehrung von Sinus. Ich gebe jetzt erstmal das ein, was rechts vom Gleichheitszeichen steht. Dann nehme ich dann noch mal wieder den Taschenrechner. 50,71 Sinus durch 7,47 mal 9 Ja, und davon, was da rauskommt, muss ich dann noch Shift Sinus nehmen. Also ich rechne das jetzt hier schon mal vorübergehend aus. Das ist das. Und davon muss ich jetzt Sinus hoch minus 1 nehmen. Also Shift Sinus von 1 ergibt 68,82 dann. Also der Winkel SP1A Ja, der ist dann ungefähr gleich 68,82 Grad. Ja, wir erhalten hier diese 68,82 Grad. Ja, das ist eine mögliche Lösung. Wenn du jetzt aber hier mal genau schaust, dann siehst du hier schon in der Zeichnung, du kommst hier mit 68 Grad überhaupt nicht hin. Das sind ja über 90 Grad. Und wenn du dann noch mal in deine Formelsammlung reinschaust, im Punkt 21, da findest du noch mal Beziehungen zwischen den Sinus-Funktionen. Und da findest du zum Beispiel folgendes. Sinus von 180 minus Alpha ist das gleiche wie Sinus-Alpha. Ja, das sind die sogenannten Supplementbeziehungen. Die müsstest du auch besprochen haben im Matheunterricht. Da und da kommt also das gleiche raus. Das heißt, es kommt jetzt nicht nur diese 68,82 Grad infrage, sondern auch noch 180 minus 68,82 Grad. Den müssen wir jetzt auch noch eben kurz ausrechnen. Und da erhältst du dann 111,18, also oder Winkel SP1A ist ungefähr gleich 111,18 Grad. Ja, und wenn du dir das anschaust, du siehst es schon in der Zeichnung, für diesen Winkel hier, der da, da kommen dann nur diese 111,18 in Frage. Und der hier, die 68, die treffen in dem Fall dann also nicht zu. Das heißt also, die Lösung ist dann nur 111,18. Da gibt es also nur eine korrekte Lösung. Ja, ich finde die Aufgabe teilweise ganz schön verzwickt, muss ich sagen, ja. Mit dieser Fallunterscheidung dann am Ende auch nochmal. Ich hoffe, du konntest es trotzdem verstehen. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.